Was geht Heroes? Herzlich Willkommen zu einem brandneuen kleinen Vlog. Unbedingt aufpassen, denn es geht um eine geile Sache, die ich für euch gemacht habe. Ich war jetzt gerade eben noch bei Julian, hab mit ihm zusammen trainiert ein bisschen. Das Trainingsvideo kommt auch demnächst online hier. Aber ich wollte mich natürlich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für 10.000 Abonnenten. Richtig geil. Bin auch richtig froh, dass mittlerweile das mit Tim voll gut klappt hier auf dem ganzen Channel. Dass ihr die Videos immer klickt und gut aufnehmt insgesamt. Und als Dankeschön für 10.000 Abonnenten und vor allem auch an die Teilnehmer des Zero2Hero-Programms und an alle anderen, die ich liebe und die mich und meine Videos lieben, gebe ich euch heute für 5 Tage lang ein Rezeptbuch komplett kostenlos bei Amazon. Es sind also sozusagen 44 begleitende Rezepte, die es zu dem Zero2Hero-Programm gibt, die eigentlich als Video abgedreht sind, zum Beispiel im Programm teilweise und so weiter. Die haben wir jetzt mal komplett aufgeschrieben mit Nährwerten und so weiter. Es gibt halt also Smoothies vor dem Training, es gibt Post-Workout-Shakes, es gibt irgendwie 10 High-Carb-Rezepte, 10 Low-Carb-Rezepte und so weiter. Und die könnt ihr euch jetzt für 5 Tage insgesamt 100% kostenlos bei Amazon auf euren Kindle downloaden oder auf euer Handy. Hier unter dem Video habt ihr den Link dafür. Ja, und danach kostet es halt irgendwie 1 Euro nach 5 Tagen oder so. Aber jetzt, wenn ihr es euch reinziehen wollt, holt es euch sofort, dann ist es absolut kostenlos. Okay, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video und ciao.